Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sheshock Live. Heute alleine Felix schneidet gerade ein Video und deshalb heute alleine. Wir spielen 4 gegen 4 und ich will eigentlich gar nicht scheiße da vorne sein. Und ich habe auch scheiß Waffen. Und die sind alle viel viel besser als ich. Also braucht ihr nicht denken, dass ich jetzt hart zerstören werde. Aber wir haben auch gute Spiele. Also mein Team hat auch gute Spiele. Und ja, da bin ich eigentlich gleich tot. Ich habe einfach... Ah, das tut weh. Das tut sehr weh. Ich habe einfach schon 100 Damage gekriegt. Hm. Das machen wir jetzt. Yo. Ja, 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 chill. 86. Oh Gott. Entzug. Ich habe einfach mal rum. Ja, okay. Die Waffen sind noch nicht gut. Und ich bin jetzt hart zerstört. Ja, gleiche. Aua. Ich bin tot. Nach zwei Runden einfach tot, Alter. Richtiges Opfer. Ja, aber wir schauen jetzt im Zeitraffer, wann wer gewinnt. Also bis gleich, Leute. Ciao. Wir sind gerade. Und wir fragen, Leute. Ja, wir sind ja. Wir sind ja. Wir sind ja. Wir sind ja. Wir kommen jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war ja doch perfekt nun. Aha. Du hast ja nur... Keine... Tipps. Bitte. Das ist ja nicht so. Hat sich den schon schön... Ich bin... Spannator. Jetzt fahr doch nicht! Alter, meine... Also ich sag euch auch... Moin, moin. Was ist... 82... Sollte... Ja, so... Machen wir noch... 3... Sollte irgendwie passen. Oder auch nicht. Aber die Schale... Die Schale macht. Die Schale ist auch beste. Ich habe mich ein bisschen verrichtet. Kann das sein? Hier habe ich gehört, das kann viel Damage machen, wenn die gut trifft. Also machen wir einfach mal. So... Meine Fresse! 24 Damage! Oh yeah! Oh, oh, oh! Jetzt, jetzt will er... Oh ja! Oh ja! Oh... Oh ja! Oh ja! Oh ja! Alles klar! Oh ja! Alles klar! Wie kann das da bauen, Alter? Ich brauche neue Waffen. Neue Waffen. Neue Waffen. Warum bouncest du es immer weg, Alter? Warum kriege ich jetzt 15 Amor? Ja, genau. Ich glaube, er ist tot. Spargel. Tschü-Tschü. Tschü-Tschü. Ich glaube, ich bin tot. Spaß. Was macht er denn? Du bist so tot. Du bist so tot. 14, Alter. Ja. Danke sehr, danke. Aber ich hätte auch mal eine neue Waffe haben. Sehr gerne. Wenn ihr euch das Video gefallen hat. Dann nicht. So lief mir mal. Okay, Leute. Wenn euch das kleine Shellshock Live Video gefallen hat. Dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Es dauert nur eine Sekunde. Und die ist sehr spaßig für mich. Freut uns auf jeden Fall. Und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Könnt ihr ihn jetzt gleich in der Endcut abonnieren. Also haut rein, Leute. Bis morgen zum Livestream. Tschau, tschau.